Ah, da ist ja der Mo, den habe ich ja die ganze Zeit gesucht. Hey Mo, ich will dir eine Pferde schenken. Du schläfst aber tief. Mo, wach auf. Wer bist denn du? Ich bin die Fee, ich wollte dir eine hübsche Perle schenken. Das ist aber nett. Hier, bitte. Oh, vielen Dank, das ist aber eine sehr schöne Perle. Pass bloß gut auf die Perle auf. Ja, mache ich. Dann bis bald. Tschüss. Tschüss. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Wo ist Mo's Perle? Ich möchte sie haben. Ich finde sie so schön. Da ist sie. Oh, was ist denn? Oh, meine Perle ist weg. Wer war das? Das ist doch der außerirdische Drache vom Mond. Komm Schnecki, wir holen uns unsere Perle wieder zurück. Wie komme ich nur mit meinem Fahrrad zum Mond, um den Drachen meine Perle wieder abzulupsen? Hallo Klaus, was hast du denn da? Ich brauche einen Scheinwerfer und einen Düsenantrieb. Ja, habe ich doch alles da. Und hier ist die Anleitung dazu. Oh, die ist ja richtig spannend. So, ja, dann tschüss. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt noch der Scheinwerfer ran. So, fertig. So, jetzt noch der Scheinwerfer ran. So, jetzt noch der Scheinwerfer ran. Ich stelle ab. Hey, was machst du denn hier? Ich wollte mit meiner Schnecke zum Mond fliegen, um dort den Drachen meine Perle abzulupsen, die er mir gestohlen hat. Komm mit, ich zeige dir den Weg. Ja, ich habe mich schon ein wenig verirrt. Los, wir haben keine Tests. Los, komm mit Schnecki. Juhu. 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 Sie ist so glänzend, so schön. Was wollt ihr denn? Gib uns meine Perle wieder. Da ist sie ja. Oh, meine Perle. Oh, geh weg. Was ist hier denn los? Was macht ihr denn? Die gute Fee. Er hat mir meine Perle geklaut. Ich finde sie so schön. Ach so, ich zauber dir eine Perle her. Okay, das machst du? Ja, klar. Oh, meine eigene Perle. Schön. Hier, bitte Mo. Danke. Oh, komm. Alles klar. Ja. Juhu, Ende. Juhu. Du, 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 du. Wie schon. Du, 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 du. Steinkbat!